Ja Leute, ich melde mich nochmal ganz kurz vor diesem Video, denn ich habe gesehen, dass Gustav dieses Thema schon hochgeladen hat und Rewi dieses Thema schon hochgeladen hat und ich habe das vor beiden aufgenommen, beziehungsweise wahrscheinlich gleichzeitig mit beiden aufgenommen, nur habe ich dann gestern das Video eingeschoben und habe mir gedacht, soll ich das jetzt noch hochladen oder nicht, aber es ist trotzdem eine coole Runde geworden, deswegen viel Spaß mit dem Video, Dankeschön fürs Zuschauen und bitte schreibt mir nicht in die Kommentare, dass jemand das vor mir gemacht hat, wir hatten anscheinend alle die gleiche Idee. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß. Betz-Royal zusammen mit Snogs. Hallo. Hallo. Leute, wir zocken heute eine ganz entspannte Runde und ich habe einen mega Trick für euch dabei, vor allem, man kann ja jetzt mittlerweile nicht mehr so gut turdeln und wenn ihr euch sicher bewegen wollt, ist dieser Trick genau richtig für euch, deswegen bleibt dran, ich zeige euch den Trick in diesem Video, ich hoffe, wir finden alles dafür, aber ich denke schon, aber als erstes landen wir hier in Borderlands, in der geilsten Zone, weil man ein Schild bekommt und er schaut einfach richtig nice aus. Wie findest du es, Chris? Es sieht so heftig aus, ich liebe ja Borderlands, ich bin ein richtig großer Borderlands-Fan. Du hast noch nie Borderlands gespielt, oder? Nee, nee, leider nicht. Leute, soll ich mal Borderlands spielen? Schreibt es mir in die Kommentare. Du hast alles gezockt, ne, von Borderlands, oder? Ja, Borderlands, Borderlands 2 und Pre-Sequel. Junge, du hast so keine Hobbys, ey. Ey, es ist wirklich geil, das habe ich auch vor, das habe ich gezockt, bevor ich Fortnite gezockt habe. Nice. Aber ich muss echt sagen, mir gefällt halt die Optik richtig gut, richtig, richtig gut. Bei dir sind viele gelandet, du musst aufpassen. Oh ja, hier. Einen gehittet, aber der hat eh gleich wieder Vollschild. Hier ist einer bei mir. Lol. Nice one, Chris, sehr gut. Ein Problem. Merci, merci. Nur Pistol war ein bisschen schwierig. Oh, da kommt einer. Wo kommt der? Der ist oben drin. Nummer eins. Einer haut ab, hat zwei Hits, 80 Schaden. Nochmal. Nochmal zwei Hits, nochmal 80 Schaden. Genau unter dir. Hast du ihn? Oh, er gibt einfach auf. Lol, du hast schon drei Kills. What the fuck, Alter? Aber es wird jetzt rechts angezeigt. Richtig nice. Voll gut. Geht durch. Tim, die Teamkills wird jetzt angezeigt, ne? Ja, Mann. Vier. Oh, nice. Okay, hast du auch mal einen gemacht. Ja, ja. Danke für Carry, ey. Oh mein Gott, ey. Wurde aber auch Zeit. Leute, diese Schildblase ist richtig heftig in Kombination mit dem anderen Item. Aber ich werde es euch gleich zeigen. Und dann werden wir vielleicht den einen oder anderen wegrassieren damit. Oh, ich höre Gegner. Ah, die hatten zwei Schildblasen. Aber vielleicht haben die noch mehr. Hallo, Gegners. Wo seid ihr, kleinen Madensöhne? Da links sitzt da oben einer. Einer hat einen Hit. Der ist da vorne in das blaue Ding rein. Lol. Habe ich gesehen. Wie seid ihr? Ja, unter mir. Up, down. Hit. Noch ein Hit. Nice one. GG. Ja, schön. Richtig nice. Easy getrapped, würde ich mal sagen, an der Stelle, nicht wahr? Schaut ihr mal meinen Loot an, Alter? Der Loot in der City, in den Cities hier ist halt so insane. Richtig heftig, Mann. Okay, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall so ein Schildbubble. Und dazu brauchen wir noch ein Driftboard. Das heißt, lass mal rüber gehen, oder? Ja. Lass mal hier Richtung Lucky gehen. Ich habe auch ein Loungepad. Komm, wir launchen einfach. Geht's ein bisschen schneller. Und da vorne sind die Schildblasen. Ja, Mann, nice. Und hier sind Driftboards. Okay, Leute, ich zeige euch den Trick, ja? Der ist richtig heftig, weil man kann ja mittlerweile nicht mehr richtig turdeln. Und wenn man dann in die Zone will, wird man voll überall abgeschossen, weil man ja nicht turdeln kann. Und alles, was ihr machen müsst, ist einfach diese Schildblase mitnehmen. Dann geht ihr zu eurem Driftboard hin. Und dann habt ihr 30 Sekunden Zeit zu moven, ohne dass ihr überhaupt einen Hit fresst. Schaut euch das an. Ihr schmeißt es einfach aufs Board drauf. Habt es aufs Board drauf. Und könnt dann mit der Blase und dem Board einfach komplett rumfliegen. Das ist so heftig, Alter. Oh, du feig, das sieht doch voll geil aus. Schaut übel aus, oder? Geh mal drauf, Chris. Ich will es auch mal von außen sehen. Leute, das ist so übel, weil Turtle funktioniert einfach nicht mehr. Flieg mal. Es schaut ja mega nice aus. Und man kann nicht draufschießen, Leute. Schaut, ich kann Chris nicht abschießen. Es ist halt echt mega gut. Das ist richtig, richtig gut. Leute, wichtig, absteigen. Ihr könnt es nicht draufwerfen, während ihr drauf seid. Aber so. Zack. Gib ihm. Und jetzt flieg. Und vor allem, wir können zusammen mit dem Driftboard nebeneinander fahren. Ja, what the fuck, wie das ausschaut, Alter. Richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Leute, smasht auf jeden Fall einen Daumen nach oben rein. Falls ihr noch kein Like da gelassen habt, ich würde mich sehr darüber freuen. Allein für den Trick hier. Ja, wie das ausschaut. Und Chris ist halt komplett von jeder Richtung geschützt, ne? Ey, ist halt voll nice. Gerade im Endgame, weißt du so, wenn Turtle nicht mehr geht, kannst du dann einfach easy. Ja, Mann, richtig easy. Leute, wenn ich gleich mal ein bisschen mehr Mats übrig habe, zeige ich euch mal, wie Turtle verbuggt ist. Aber mittlerweile müsste eigentlich jeder von euch mal eine Runde gespielt haben. Und das funktioniert halt einfach nicht mehr. Und ich denke auch nicht, dass Fortnite das rausnehmen wird. Deswegen müssen wir solche Taktiken nutzen. Und das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt zum Turtlen, beziehungsweise um in die Zone zu kommen, um in die Safe Zone zu kommen. Und so könnt ihr easy, easy moven. Falls ihr irgendwelche weiteren Tricks gefunden habt oder so, schreibt die natürlich auch gerne in die Kommentare rein. Ich bin da fleißig am Lesen. Und dann können wir die vielleicht auch mit allen aus unserer Community hier teilen. Weil wir sind Ehrenmänner, Leute. Wenn ich einen Trick rausfinde, dann zeige ich ihn euch. Und ihr seid genauso Ehrenmänner. Ihr müsst ihn einfach im Team Fix teilen, wisst ihr? Kennst du die hier schon? Ne, was macht das? Das ist mega geil. Das schmeißt du hin und dann fliegt von oben herab irgendein Item und macht 200 Damage auf die Gegner. Soll ich das mitnehmen? Gib mir. So, ja, okay. Danke. Da vorne ist ein Gegner. Ich zeige es dir gleich. Ich habe mich im Stream damit getötet, weil mein Chat gesagt hat, ja, schmeiß einfach auf dich selber. Bist du tot? Ja, ich habe gedacht, es ist vielleicht ein Item, was so Heal-mäßig ist oder so. Down. Nice one. Richtig schön. Wir sind so gut. Richtig, richtig nice. Schöner Schuss. Es sind zwei. Schau. Schau, was kommt. Dino. Loll. Sind die da drin? Oh, er hat die Schild gemacht und so habe ich nicht den Headshot bekommen? Oh nein. Oh nein. Nur durch die Schild-Bubble, ey. Ich frage mich, ob die Granate auch das Schild blockt. Oh fuck, die sind beide da drin. Pass auf, der eine hat Minigun. Nein! Oh mein Gott! Ja, jetzt pusht er mich auch noch. Was ist da los, Mann? Schade, schade. Leute, ich würde sagen, wir gehen in Runde Nummer zwei. Scheiße. Ich bin ein bisschen fail geflogen. Hoffentlich ist da eine Waffe drin. Scheiße, ich hasse mein Leben. Alles ist gut, Chris. Alles ist gut, solange du wild bist. Eine Weisheit von TKKG. Ich habe einen abgestaubt. 150 Headshot. Hast du abgestaubt? Noch einer? Ja. Bei mir? 80er Damage. Nice. Oh, er hat 10er-4. Hab ihn? Abgeklaut, kein Problem. Ich glaube, ich höre noch jemand. Ich bin mir nicht sicher. Geh ich mal. Wo sei dir? Ich höre doch keinen mehr. Nice one. Vier Kills, Alter. Easy cheesy. Sehr schön. Easy cheesy, lemon squeezy. Hast du geworfen? Oh, nee. Ja. Hast du geworfen? Ja. Jo, ich glaube, das kann mich auch umbringen. Ich hätte es ausprobiert. Du kleiner Hund, Alter. Wie er einfach das Ding auf mich schmeißt, ey. Hier, Gegner. Warte, 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 warte. Ja, ich warte auf dich. Hier, hast du noch der zweite? Warte. Jetzt bin ich on the way. Die sprayen mich. Richtige Bots. Aua, der hat einen Minigun. Der eine hat 155 Damage bekommen. Eine 80er Headshot. Habe ich ihn dauernd? 155 Damage hat er bekommen. Aber der kriegt auch Schild. Nice. GG. Bleiben Sie ruhig, Kollege. Kollege Turnschuh. Ja, aufgepasst. Alter, guck mal, diese Zähne bringen richtig viele Metz hier. Was für ein Ding? Die Zäune? Die Stoßzähne. Echt? Ach, du kleiner Pässe. Du kleiner Pässe, Alter. Wie du es aber geglaubt hast. Klar. Lol, was ist das für eine? Glaubst du, ist das ein Lama? Oh, es ist Claptrap. Ja, glaubst du, ist das ein Lama? Ich weiß es nicht. Aber man kann ihn nicht kaputt machen. Akkolle, Getornschuh, alles gut bei dir? Hallo Claptrap. Also, du lernst Claptrap lieben, wenn du Borderlands spielst. Echt? Das ist einer der Hauptcharaktere quasi. Richtiger Bastard, dieser. Nein, Schwarz. Okay. Daumen hoch für Claptrap, Leute. Oh, nice. Hast du getötet? Ja, zweimal. Oh, ich hasse es. Hast du den gekämpft? Es ist noch mehr, es ist noch mehr, es ist noch mehr. Aber wo sind die? Wen haben die gekämpft sonst? Da hinten sind welche. Einer fliegt sonst. Ist auf dem Berg da hinten. Da vorne, Südwesten. Zwei Leute. Ja, Roboter halt komplett unverändert. Hä, ich habe gedacht, die haben den genervt, Alter. Wo ist er? Ist der da abgehauen? Drüben, ja, drüben. Glaubst du, ich komme nicht da hoch, oder was? Glaubst du, ich bin zu schlecht zum Moven, oder was? Bist du dumm, Junge? Ich steige mal kurz aus. Kannst du ja alles wegballern. Alter. Er ist einfach noch immer OP, ist fuck, man. Und man kann nicht mal mehr dagegen bauen. Aber die haben den Boost genervt. Man kann nicht mehr so häufig boosten. Das ist ein krasser Nerf, ey. Heftig. Shit, aber daran kostet jetzt nur noch 75 Material. Aber man kriegt auch keine mehr vom Abbauen. Oder kriegst du Mats? Das stimmt, du. Aber ich habe jetzt 2000 Mats eh wieder. Du darfst ja eh nicht mehr, kannst ja eh nicht mehr dagegen bauen. Ja. Wo sind die letzten, letzten acht Gegner? Ah, da hinten, da hinten. Siehst du? Austin? Ja. Wir kommen, meine Freunde. Bist du ready? Ja. Wir sind mit in deiner Blase drin. Hab ihn weggeboxt. Ich gehe mal kurz rein. Hab ihn. Was ist das für ein Spiel, ey? Oh mein Gott. Ey, das ist zu krass, Chris. Das sollte nicht erlaubt sein, ey. Ohne Spaß. Es sollte wirklich nicht erlaubt sein. Es ist so einfach geworden. Hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Ja, komm, steigern. Es ist halt wirklich viel, viel zu leicht. Was geht, Bro? Alles gut bei dir? Hab ihn. Nice. Der andere ist oben. Willst du ein bisschen Mats einsammeln von denen? Oh. Ja. Oben. Alter, die Gegner haben ja gar keine Chance mehr gegen uns. Ja, unser Robo ist kaputt. Scheint auf den. Ich hab ihn mal lau geschossen auf 1 HP. Oh mein Gott, ey. Rest in Pieces, meine Freunde. Rest in Pieces, ey. Nur die Frage, wo die letzten sind. Ich glaube aber, es war noch nie so einfach, wie diese Season in Sieg zu holen. Ja. Ich glaube, das ist das einfachste überhaupt, um zu gewinnen. Ja, mit dem Roboter und den ganzen... Ja. Diese ganzen Special Items. Ich launch gerade ein bisschen und guck. Mit Roboter. Dann hast du auch... Die Leute können nicht mehr so krass bauen jetzt. Jetzt ist der Roboter ja doppelt so stark, weißt du. Die haben ihn zwar genervt, aber die Leute können halt jetzt nicht mehr dagegen bauen. Du kannst einfach durch die Wände durchschießen. Jetzt im Ernstland, wo sind die? Ah, ich sehe sie. Wo? Den Westen. Wo sind die da? Ah, da oben? 71er Headshot. Aber das ist eine Würzel gewesen. Oh. Ne, es sind zwei Leute. Der eine ist gelauncht, der andere steht noch... Oh, der andere ist auch gelauncht. Ah, da oben sind die beide? Okay. Ja. Ja, lass einfach chillen. Warte, bis sie runterkommen. Oh, er hat mich gettet. Aber egal. Es kann sein, dass sie mich runterschießen wollen. Ja, machen sie auch. Pass auf. Ja, noch eine Wand. Eine Wand hast du. Von wo schießen die? Ganz oben? Ja, sie moving. Zwei Blöcke weiter. Ich bin auf. Ach, no way. Ich habe Minis. Ah, jetzt pushen die. Auch schnell Minis. Einer ist bei dir. Oh, die Trine. Ah ja, die Trine hatten übel. Nice one. Andere ist über mir. Warte, komm, komm, komm her. Wo bist du? Hier drin. Ich habe... Lass ihn rein, komm. Habe noch eine Held gegeben. Ich push die andere Seite. 70er Headshot. Ist wide. Oh, wie konnte ich verfehlen? Oh mein Gott. Fix. Ja, egal. Der ist wide. Der hat 30 AP. Hä, wer ist da unten? Bist du das? Ja, ich bin halt runter. Der holt sich Heels von mir. Fix. Warum? No way. Ja, was machst du denn unten? Christ, du holst den jetzt. Jetzt hätten wir moving. Du meintest halt chill? Ja, chill, weil du alleine hochgebaut hast. Ja, wow. Ah. Das war eine Shit-Ganate. Ich dachte, das wäre eine... Oh, ich dachte, das wäre eine Dings-Ganate gewesen. Oh, der ist ein richtiger Tryhard. Egal, kriegst du. Easy, easy. Ein Hit noch. Bau es ab einfach. Du musst auch bauen, Chris. Du musst gar nichts. Ja, du wirst wieder sterben. Wie letzte Runde. Gott sei Dank, Alter. GG. Wie viele Kills haben wir insgesamt? Ich habe sieben. Ich habe neun. Hey, man sieht es am Ende. Ja, Leute. Leute. Oh mein Gott, ey. Dankeschön fürs Zuschauen. Schauen wir auch bei Snogs vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach dir gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann. Ciao. Tschüss.